Hallo und schön, dass du wieder vorbeischaust. So, jetzt Teil 5 des Let's Plays. Letztes Mal haben wir hier die erste Geschichte mit Ishikawa gespielt, haben den Kurzbogen erhalten. Jetzt kann man hier schon die erste Nebenquest anwählen. Ich hatte aber letztes Mal schon gesagt, ich denke, wir werden hier erstmal auf jeden Fall nur die Hauptquest spielen. Und dann ist hier die nächste, die Geschichte von Fürstin Masako. Und dann haben wir hier noch zwei andere, der gebrochene Schmied. Da geht es dann mit Taka weiter und mit Yuna. Und Blut im Gras, da geht es dann um die Strohhutronin. Ich denke mal, wir werden hier jetzt erstmal zum nächstgelegenen Punkt reisen. Zu Masako. Und dann wollen wir mal schauen, wie da das Ganze läuft. Ja, wir müssen erstmal ins Hossen. So. Eher 1,4 Kilometer. Ist jetzt nicht gerade um die Ecke hier. Die nächste Haltestelle. Ich bin ja immer wieder beeindruckt von der Umgebung. Einfach muss man sagen. Sieht einfach unglaublich aus, wenn man das jetzt hier sieht. Wo ich jetzt hier hin reite. Sieht einfach nur stark aus, ne? Mal einfach so sagen. Vor allen Dingen ist es glaube ich so, dass die Entwickler gesagt haben, alles was du siehst, kannst du halt hier auch erkunden in der Welt. Das ist natürlich nicht in allen Open World Games so. Da werden dann immer mal wieder Hintergründe benutzt, die dann mehr oder weniger quasi auch überhaupt nicht begehbar sind. Beziehungsweise dann einfach, ja, zur Vervollständigung irgendwie der Welt halt dienen. Und hier ist es tatsächlich so, alles was du siehst, da kannst du halt auch hin. Ist ja der Meer hier durch das offene Meer ganz einfach abgegrenzt, ne? Die komplette Spielwelt. Finde ich, ist eine sehr, sehr gute Idee. Dass man hier einfach, egal was man sich hier anschaut, dass man darauf wirklich hin kann. Auch hier mit diesem, äh, mit dem Rauch immer, dass man da immer weiß, okay, das sind interessante Stellen, da könnte ich auch mal hin. Da sieht man auch, wie weit der Rauch hier einfach entfernt ist. Hier sind noch zwei, zweimal Rauch. Ich denke, da ist auch was Interessantes. So, hier schön mongolisches Gebiet entdeckt. Hat natürlich unglaublich Spaß gemacht. Hier diese Mongolen-Camps, finde ich persönlich, habe ich total gefeiert, hier die auszuheben. Gerade so in der letzten Region auch, werden wir natürlich noch hinkommen, in diesem Schneegebiet. Da sind dann die Lager teilweise recht groß. Natürlich hier auch schon in den anderen Gebieten, aber so ein richtig schönes, großes Lager. Ja, das macht auf jeden Fall schon Spaß, gerade wenn hier Jin dann irgendwann voll gelevelt ist. Wenn du alle Fähigkeiten mit ihm hast, kannst du natürlich auf tausend unterschiedlichen Wegen dann hier die Gegner ausschalten. Ja, Sneaking-mäßig. Oder kannst du natürlich hier dich mit den Battlen. Du kannst hier richtig fies, dieses Geist-Gameplay kannst du dann vergiften. Was auch immer halt, hast dann hier so Art der Serker-Pfeile, wo sie sich dann gegenseitig angreifen. Also hast einfach tausend Möglichkeiten. Das ist dann schon sehr, sehr nett. So, mal runter hier vom Bock. Das Anwesen des Anwesen des Anwesen. Okay, alles ist durchwühlt. So. Wir werden hier untersuchen. Ist nicht zu Hause. Die Waffe der Frauen des Adachi-Klans. Sie haben ihre Familie verteidigt. Jetzt mal kurz hier gucken. Durchsuche das Gästehaus. Durchsuche das Haupthaus. Versuche zu entkommen. Haben die Kinder durchs Fenster gereicht. So, durchsuche das Haupthaus. Ist erledigt. Hier ist nicht. Okay. Das Gästehaus ist hier auch noch vorhanden. Das ist natürlich stark. Uiuiuiui. So, schön. Ich habe das Ganze hier schon mal durchgezockt. Hatte ich schon in den anderen Let's Plays gesagt. Also hier die Kunja ist Kunjas. Meine absolute Lieblingswaffe. Weil ich halt auch viel im Kampf gemacht habe. Wenn ihr die ab und zu mal an den Gegnern entgegenschleuders, wo du ein paar Probleme mit hast, die unheimlich viel blocken und ähnliches. Das sind wirklich sehr, sehr mächtige Waffen. So. Jetzt nochmal die Stelle durchsuchen. Leere Stelle. Upp, Ballant. So weit. Das Blut ist trocken. Hier stecken überall die Pfeile, glaube ich, im Wohnen. Hier sind Fußspuren. Hufspuren. Jemand ist von hier. Hufspuren. Es gibt eine Spur. Okay. Gehe ich mal hier in den Tarnmodus. Da sehe ich es besser. So, hier. Fußspuren. Der Reiter wurde verfolgt. Okay, der Reiter wurde verfolgt. Ja, hier geht es auf jeden Fall erstmal runter. Okay, dann scheint es hier auf jeden Fall weg von der Straße zu gehen. Ja, hier ist gut. Bogenschützen haben den Reiter gejagt. Der Reiter war geschickt. Er wusste, wie man Pfeilen ausweicht. Ja, krass wurde auf jeden Fall hier ganz schön gejagt. Überall stecken hier die Pfeile im Boden. Okay, hier geht es weiter. Hier wieder eine Menge Pfeile. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich hier die Spur nicht verliere. Hier sind wieder Pfeile. Oh, okay. Das ist nicht gut. Das Pferd gehörte dem Adachi-Clan. Seit Tagen tot. Fürst den Masako. Ich bin's. Ja, da ist sie. Jin Sakai. Es hieß, kein Samurai sei aus Komoda entkommen. Mein Ehemann. Fürst Adachi starb den Tod eines Kriegers. Für unsere Heimat. Unsere Heimat. Warum seid ihr hier? Der Mongolen-Klan hat Fürst Shimura gefangen genommen. Wenn euer Clan mir hilft, können wir meinen Onkel retten und eure Männer rächen. Der Adachi-Clan ist tot. Massagriert von unseren eigenen Leuten. Verräter. Warum töten sie die, die schworen, sie zu beschützen? Das werde ich herausfinden. Ich begleite euch. Nein. Stellt eure Belange nicht zurück für meine. Die Familie der Samurai sind meine Belange. Ich weiß, was es heißt, der Letzte seines Clans zu sein. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Werdet ihr nicht. Kommt mit mir. Okay. Versuche hier weiter nach Verbündeten. Geschichte von Fürst den Masako, okay. Das ist, glaube ich, auch die Letzte Verbündete jetzt hier, wenn ich mich nicht vertue. Ich glaube, drei Stück sind es dann hier am Anfang. Yuna haben wir ja schon. Dann geht es dann aber noch weiter mit Taka. Ishikawa. Hatten wir jetzt das letzte Mal gemacht. Ich meine Masako. Das war es dann hier erstmal in der ersten Region. Glaube ich. Ich bin gespannt, was dann hier eventuell nach der Mission noch für weitere Missionen spawnen. Unten waren ja zwei. Einmal geht es dann mit Taka weiter. Einmal Blut im Gras. Da geht es um die Strohthronin. Okay, die muss man auch anheuern, natürlich. Aber das ist ja in dem Falle dann... Ja, werden wir noch sehen. Fürst den Masako haben wir auch das erste Mal schon gesehen. Das ist mir jetzt auch hier beim zweiten Spielen erst aufgefallen. Wenn diese Rückblende ist mit Jin, wo man dann seinen Vater beerdigt, wo dann alle Spalier stehen, da steht Fürstin Masako auch. Sogar mit ihrem Mann, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist mir beim ersten Mal auch gar nicht aufgefallen, dass man sie da schon trifft im Spiel. Kann man natürlich dann noch nicht zuordnen dementsprechend, hat sie ja noch nicht kennengelernt. Und brachten sie um. Meine Schwester, meine Enkelkinder, sogar die kleine Nazo. Sie war gerade erst geboren. Ich konnte sie nur noch neben ihrer Mutter begraben. Das hätte nie passieren dürfen. Meine Schwester hätte mit ihrem Gemahl im Norden begraben werden sollen. Wenigstens ist sie bei ihrer Familie. Mhm. Okay, noch weiter folgen. Kommt. Wir reiten zum goldenen Tempel. Okay. Schon mal nett hier zum goldenen Tempel. Das meine ich ganz, ganz mittig auf der Karte in der ersten Region. Da kann man sich dann sehr, sehr gut orientieren. Gerade wenn man natürlich hier auch viel mehr machen möchte, noch so wie ich die. Ich habe mir jetzt auch schon die Platiner spielt. Wenn ihr hier Trophy Hunter, Trophy Hunterin bist, Wollende Tempel natürlich hier extrem wichtig, weil es einfach die zentrale Anlaufstelle hier ist in der ersten Region. Sehr, sehr gut. Von da aus hast du dann ungefähr überall den gleichen Weg. Kannst du hier deine Schnellreisepunkte natürlich sammeln, in Anführungsstrichen. Wenn ihr die Fragezeichen und so weiter erkundet, soll ein Tempel hier wirklich eine wichtige Anlaufstelle. Ich bin eine trauernde Witwe. Wenn ihr mit Zorgen gesprochen habt, sucht die Rüstungsschmiedin. Sie repariert etwas für mich. Ich möchte, dass ihr es nehmt. Das werde ich tun. Danke. Ich warte auf der anderen Seite des Tempels. Okay. Sprich mit der Rüstungsschmiedin. Gucken wir mal. Okay, der goldene Tempel, der ist ja relativ groß. Genau, hier ist der Geschenkaltar. Hier unten an diesem riesigen Baum. Weiß ich natürlich auch noch. Ist auch ne Trophy. Von Zeit zu Zeit spawnen dann da immer mal wieder Geschenke. Kann man immer wieder ran. Ich glaube, 10 Geschenke braucht man dann für ne Trophy. Ist auch ganz gut. Du kriegst dann immer so ein paar ja, Ausrüstungsgegenstände. Teilweise fürs Outfit. Ein Stirnband oder ähnliches. Fürstin Masako schick ich. Ist auch ganz nett gemacht. Sie meinte, ihr repariert etwas, was sie mir geben wollte. Die Rüstung. Eines der schönsten Stücke, an dem ich je arbeitete. Ich hole sie. Samurai-Clan-Rüstung. Eine robuste Rüstung, die einst einem der Söhne von Fürstin Masako gehörte. Okay. Sitzt wie angegossen, mein Herr. Die Qualität ist unvergleichlich. Sie wird euch gut dienen. Doch falls ihr Änderungswünsche habt, sagt einfach Bescheid. Ich brauche nur die nötigen Materialien. Danke. Okay. Ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Klar, hier die Rüstungsschmiedin. Natürlich auch wichtig, wenn du hier deine Sachen verbessern möchtest. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserung. Auch Unmengen an Vorräten. Hier natürlich auch an Leihen. Ja. Da können wir jetzt noch nichts kaufen. Leider ist hier auch nicht unwichtig, die Rüstung zu verbessern. Wenn man hier wirklich einen stärkeren Charakter haben möchte. Hast dann immer noch mal irgendwelche Vorteile, wenn du die Rüstung upgradest. Okay. So, jetzt müssen wir hier weiter suchen. Das ist nur die Frage hier momentan, wen wir suchen. Da muss ich mal kurz gucken. Da muss ich mal kurz gucken. Okay. Das sind dann immer so klassische Sachen, wenn man hier mit den Leuten spricht, dann spawnen Mongolencamps oder ähnliches auf der Karte. Oder Nebenquests. Das seht ihr auf einen Blick? Für mich ist jede Klinge einmalig. So unverkennbar wie ein Mensch, Fürst Sakai. Bringt mir das benötigte Material, dann verbessere ich mit Freuden ein so edles Schwert. Hier ist natürlich dann dementsprechend der Schwertschmied. Auch wichtig natürlich, dass man hier das Katana wirklich voll levelt, wenn man es hier noch ein bisschen einfacher haben möchte. Vorräte, Eisen, Stahl habe ich auch noch nicht ansatzweise genug. Natürlich jetzt hier in dem Let's Player auch nicht wirklich viel gesammelt. Hier ist noch eine Sprechblase, könnten wir mal gucken. Habt ihr die Vögel gesehen, Fürst Sakai? Welche Vögel sucht ihr denn? Die Goldenen. Ihr Gesang erinnert einen an friedlichere Zeiten. Ah, die hat meine Mutter auch geliebt. Sie sagte immer, sie kennen unsere Insel besser als sonst eine Kreatur. Das glaube ich, mein Herr. Wäre es nicht so gefährlich, würde ich einem folgen. Sehen, wohin der Goldene Vogel Die Goldenen Vögel, die bringen einen dann immer zu einem interessanten Ort, zu heißen Zwellen, wo du dann ein Gesundheitsupgrade bekommst oder ähnliches. Kann man natürlich auch einfach so immer finden, die ganzen Stellen, wenn man einfach die Karte erkundet, den Fragezeichen folgt und so weiter. Aber die Vögel weisen einem dann nochmal den Weg, also ist noch ein bisschen entspannter. So. Mein Herr, ihr seid hier. Ich kam direkt hierher, abseits der Straßen, wie ihr sagtet, Fürster Kai. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Wie hält sich euer Kleiner? Er ist tapferer als sein Vater. Die Leute wollten mir nicht glauben, dass ein Samurai uns hergeschickt hat. Passt auf euch auf. Und auf den Kleinen. Die Leute hier haben nicht viel zu geben, doch wir werden nach Kräften helfen. Siehst du, wie ich gesagt habe. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ein Stückchen weiter geradeaus. Jetzt hier gerade auch nichts auf der Karte, muss ich sagen. Ich bearbeite alle Arten von Röstung. Gucken, was hier weitergeht oder was hier wirklich im Tempel ist. Normalerweise, wenn man dann rausgeht, dann kann man sich auch immer neu orientieren. Das meine ich, das habe ich gesucht. Hier ist jetzt die Lupe. Muss man sich dann immer ungefähr merken. Ich glaube, ich habe das immer gemacht. Das ist ein kleiner Trick, wenn man dann mal nicht so genau weiß, wo man hin will oder hin muss vielmehr. Noch mal ein kleines Stückchen raus und dann kann man wieder rein. Ich weiß nicht, ob das eventuell... Das ist auch nicht der Richtige. Genau, das hatte ich ja kurz schon gesagt. Das ist hier der Geschenkealtar. Wir werden weiter spenden. Hier und anderswo, wenn eure Siege bekannt werden. Mögen die Kami euch beschützen. Okay. Gucken, was es hier Schönes gibt. Ja. Schöne Maske. Und Bambu ist noch gekommen. Es ist mir eine Ehre. Habt ihr hier das Sagen? Ich betrachte mich mehr als ein Diener. So, das ist auf jeden Fall hier der Richtige. Jetzt haben wir hier mal einen kleinen Rundgang gemacht. Konntest du dir mal alles ansehen, wo man hier die ganzen Sachen upgraden kann. Gollene Tempel auf jeden Fall extrem wichtig. Als Schnellreisepunkt, um jeder Schwert abzugraden, Rüstungsupgrades, Geschenkealtar. Kannst natürlich immer mal wieder vorbeischauen. Das ist der gute Sogen. Oder Sogen. Okay. Sprich mit dem Mönch. Mit dem fegenden Mönch. Das ist der betende Mönch. Okay. Ich glaube, ich bin links. Das wäre, wenn dann der schlafende Mönch. Ach, da oben ist er. Da ist der fegende Mönch. Seid ihr Sogen? Das bin ich. Ich bin Sakai. Ein Samurai? Lebend. Ich habe Nachricht von Fürstin Masako. Der Dachi-Clan wurde angegriffen. Sie ist die einzige Überlebende. Die Mongolen. Die Mongolen. Verräter. Aus unseren Reihen. Wie furchtbar. Wie furchtbar. Hat jemand Verdächtiges den Tempel passiert? Bewaffnete Männer? Ich selbst habe nichts gesehen. Allerdings bin ich auch sehr beschäftigt. Bitte sagt Fürstin Masako. Sie kann hier gern Zuflucht suchen. Danke für eure Zeit. Natürlich. Okay. Als nächstes wieder mit der Fürstin sprechen. Hier ist jetzt erstmal viel Erkunden. Ich denke, wird hier auch extra so gemacht sein, dass man hier wirklich ein bisschen natürlich den goldenen Tempel kennenlernt. Man müsste jetzt einmal zur Rüstungsschmiede, einmal zum Altar. Man hätte auch noch einbauen können, natürlich, dass man hier zum Schwertschmied noch einmal kommt, dass der vorgestellt wird. Ich weiß nicht, ob das Ganze sogar noch passieren wird. Natürlich auch hier eine extrem wichtige Anlaufstelle, alter Schwertschmied. Sie gehörte meinem Ältesten, Shige Sato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Zogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Okay. Fürstin ist ziemlich rastlos. Keine Lust, hier im Tempel zu bleiben. Ich bin kurz vor den Attentätern in mein Haus. Die kleine Ratte war ihr Speer. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein, aber so kommt ihn zu verdächtigen. Sogen kam zu Beginn des Herbstes aus Kameagata. Als wir von den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision. Plan. Und einen Krieg, um den Verrat zu tarnen. Mhm. So, wieder schön ausspähen. Wer esst? Ich weiß nicht. Bitte. Wir sind so hungrig. Ihr leidet nicht aus Hunger. Sondern weil ihr so sehr am Essen hängt. Aber wir haben seit Tagen nichts gegessen. Gottmeister Jonshin. Das ist Zogen. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf zu seinem Bau. Okay. Das sieht hier nach einer kleinen, klassischen Beschattungsmission aus. Da ist er. Okay. Mhm. Da ist das Ziel. Okay. Ich sollte den Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Okay. Muss man sich hier am besten immer mal den nächsten Schutz suchen. Hier ist erstmal okay. Hier hinten sehe ich jetzt schon das Gras. Okay. Ich glaube nicht. Hier oben. Gut. Hier ist überall natürlich das Gras. Wallah. Bin ich jetzt ein bisschen ungedeckt, glaube ich. Okay. Das sieht aber gut aus, glaube ich. Okay. Hier rechts sehe ich jetzt kein Gras mehr. Ich glaube jetzt muss ich auch ein bisschen näher ran wieder. Mal hier hinter den Stein. Norea. Norea. Ah ja. Hier können wir jetzt weiter. Okay. Ja. Am Anfang natürlich hier noch entspannt gemacht. Ich mache jetzt hier keinen riesen Bock, aber hier ist erstmal noch überall schön das Gras, wo er uns nicht sieht. Mal hier weiter gerade ausgucken. Mal hier weiter gerade ausgucken. Mal hier muss ich aber jetzt gleich trotzdem runter. Mal hier nicht verlieren. Okay. Jetzt geht er hier über die Brücke. Versteckt euch. Hier ist nochmal Gras. Okay. Komm mal hier runter. Okay. Hier kann er uns definitiv nicht sehen. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich ihm hier am besten folge. Ich gehe erstmal hinter den Stein. Hier sollte er uns definitiv nicht sehen. Ich glaube, der geht auch hier vorne zum Haus. Das ist, glaube ich, fast geschafft, weil hier ist auch... Sehe ich hier momentan keinen richtigen Schutz. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit ich ihn... Ah ja, doch, da ist wieder schönes Tarngras. Okay. Hier zur linken Seite des Gasthauseingangs. Okay, das mache ich mal hier lieber ein bisschen langsamer, weil ich jetzt schon sehr nah dran bin. Aber gut, wenn hier der Marker ist, dann... Ja, sehr schön. Okay, wieder ein bisschen Action. Schauen wir mal. Ja, ich denke mal hier ein paar Banditen, vor allem mit Massako im Team. Da sollte nicht viel passieren. Aber sind aber einige, kommen noch ein paar mehr. Hier, bei dem habe ich ein paar Probleme, die Verteidigung zu durchbrechen. Nehmen wir hier erstmal wieder ein paar Jungs, die abgelenkt sind von Massako. Mit der Rolle ist natürlich wirklich perfekt, ne? Uiuiui. Sperr, Mann, den lasse ich hier erstmal außen vor. Okay, sieht schon mal ganz gut aus. Immer werden wir von den Sperren angepiekst. Jetzt gibt es hier ein paar Probleme, die Rüstung zu durchbrechen bei den Jungs. Ich glaube, oh, das ist mir ein Kunja, da haben wir schon mal wieder zwei. Kunja, wirklich unglaublich mächtig. Oh, jetzt wird es langsam ein bisschen rübersichtlich. Dann habe ich hier auch den Sperrmann gut getroffen. Den schleiche ich mich auch mal hier noch an. Ja, nett. Okay. Ich bin noch nicht ganz fertig. Okay, jetzt sollen wir uns hier stellen. Jetzt geht es hier hoch. So, mal schauen, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Ich war nur ein Bote. Für wen? Wissen setzt dem Leid kein Ende. Ihr wisst nichts darüber, was Leid ist. Masako. Ich begrub meine Familie. Einen nach dem anderen. Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich den Wölfen. Wir brauchen ihn lebend, bis wir wissen, wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Sie waren Kinder! Ui, ui, ui. Masako ist ein bisschen impulsiv, ne? Ja. Hätte man vielleicht noch ein paar nützliche Infos bekommen können. Ja, hast du niemals geredet, genau. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Kommt hinterher zu mir. Ja. Also für St. Masako, muss ich sagen, ist auch okay, diese komplette Questline halt. Persönlich fand die anderen aber interessanter. Vor allen Dingen die mit Ishikawa. Masako ist so dieses typische Element dieser Rächerin, wo die Familie einfach ums Leben gekommen ist, die sich jetzt rächen möchte. Wo alles einfach, ähm, alle Motive einfach aus, aus Rache bestehen und aus blinder Wut. Und, ja, also ist auch natürlich nett, nur hat man einfach natürlich schon tausendmal gesehen und, ja, ist jetzt auf jeden Fall solide umgesetzt, sagen wir es mal so. Aber ist jetzt nichts, was mich persönlich jetzt irgendwie irgendwie umgehauen hat. Das selbe Symbol tragen diese Männer. Ich habe es noch nie gesehen. Ein anderer Clan, der die Macht übernehmen will. Wir müssen ihn aufhalten. Das werde ich. Das schafft ihr nicht allein. Wenn mein Onkel davon erfährt, wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft mir. Dann vernichten wir jeden, der euch verletzt hat. Gemeinsam. Okay, da ist die nächste Allianz. Auch bei der Rettung eures Onkels werde ich da sein. Danke, Fürste Masako. Bis es soweit ist, habe ich zu tun. Okay. Nächste starke Verbündete für den Onkel. Zur Rettung. Wir helfen natürlich Masako auch im Gegenzug. Genauso wie bei Ishikawa und Yuna letztendlich. Abschlusstexte sind hier immer ein bisschen ähnlich. So, Rekrutiere Fürste Masako. Ist auch erledigt. Wir haben hier noch einen Technikpunkt. Den können wir jetzt gleich erstmal verteilen. Okay, Aufzeichnung aktualisiert. Das hört sich auch gut an. So, was haben wir denn hier schönes. Was ist das hier? Warum vibriert das Ganze immer so? So, jetzt ist es weg. Ausweichhieb. So, ein ausweichender Schlag dagegen langsam. Okay. Zeitschritt und Angriff. Das ist perfekt. Das habe ich auch mal sehr viel genutzt. So, checken wir hier nochmal zum Abschluss einmal die Karte. Okay. Hier ist eine Nebenquest gespawnt. Hier sind wir dran vorbeigeritten. Ogawa Dojo befreien. Hier ist noch ein Mongolencamp. Hier sind noch zwei große Anlaufstellen. Klar, jetzt hier der Goldenen Tempel. Als müsste er jetzt freigeschaltet sein. Genau, als Schnellreisepunkt. Extrems mittig hier von der ersten Region. So oft bereist halt, um dann meine nächsten Ausflüge zu planen. War bei der Rüstungsschmiedin, beim Schwertschmied. Jetzt haben wir noch die beiden hier. Blut im Gras. Und der gebrochene Schmied. Okay, hier befinden wir uns jetzt. Haben wir nächstes Mal eine ganze Ecke zu reiten. Ja, das war es von mir. Ich glaube, hier ist jetzt wieder eine gute Stelle, um einen Cut zu machen. Wieder eine Hauptmission mehr. Hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch beim Zuschauen. Und dass du natürlich bei der nächsten Folge vielleicht wieder einschaltest. Beim nächsten Let's Play. Ich denke, jede ein, zwei Tage werde ich hier eine neue Folge hochladen. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach's gut. Bis bald. Und tschüss.